Viel Spaß mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner! Wie stark ist der Mensch, wie stark, wie viel Ängste, wie viel Druck kann er ertragen? Ist er überhaupt so starrend, wie er auf Grau? Wer kann das sagen? Hurra, ihr Leben doch, was muss denn wir nicht alles überstehen? Und Leben doch, was ließen wir nicht über uns ergehen? Wer braucht ein? Auf unserer Seele geht's schon wieder, ey! Wir leben doch, hurra, wir leben doch, nach jeder Erde kommt noch ein Schluss. Wir leben doch, die Brunzen ließen für mich, soll in Brot und zuversicht. So selbstverständlich ist das Mensch, wir leben doch. Im Stau ist der Mensch, ist stark. In der Not gilt weder Zoll, nur Planeten, Tieren. Wer außerhalb tut, verzagt und nichts mehr tut, der wird verlieren. Hurra, den Leben noch, das musst du dir nicht alles überstehen. Wir leben noch, was ließen wir nicht über uns entgegen. Nach einer Leib, der wird bestimmt noch ein Teil an uns vorbei. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch, nach jeder Elbe kommt noch eine Flucht. Wir leben noch, gibt uns ein mies gefühl nicht neu und gut. Wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben noch, wir leben noch. Applaus